Herzlich Willkommen liebe Brettspielgeeks zu den heutigen Brettspiel News und wir fangen die News auch direkt an und zwar mit der ersten wird bei Pegasus ein neues Spiel erscheinen ein Spiel das es schon auf englisch länger gibt aber man irgendwie auch nie wirklich kaufen kann ist Sagrada und was ist das für ein Spiel wenn ihr Azul mögt dann würde ich das Spiel auch gefallen ist auch wieder etwas abstrakter wir sind in einer Kirche aber das ganze ist dann jetzt auch mit einem Würfelmechanismus und ich persönlich habe das Spiel noch nicht in meiner Sammlung und freue mich dass dann jetzt in meiner Sammlung aufnehmen zu können weil es endlich in dem deutschen Markt auch erscheint was auch heißt dass es dann natürlich auch in den Spielläden viel öfter zu finden sein wird weil bei der englischen Version war es jetzt so dass sie oft ausverkauft war und es war sehr schwer eine eigene Version zu kriegen bleiben wir bei Pegasus bei Pegasus finden bald die Spiele Club Tage statt was ist das ja da gibt es verschiedene Brettspielläden wo ihr hingehen könnt und dann die Neuheiten von Pegasus spielen können das ganze wird zwischen den 27.04. bis zum 21.05. stattfinden ich packe euch unten einen Link rein da stehen dann alle Läden die da mitmachen und die Spiele sind wie folgt Axio, Gogo Gelato, Cat Lady, Loot Island und Santa Maria also ihr seht schon die Neuheiten von Pegasus halt das Spiel was ich euch persönlich am meisten empfehlen wäre ist Loot Island dazu machen wir bald auch eine Rezension ein Spiel das uns wirklich sehr gut gefällt dann kommen wir zu Asmodee bei Asmodee erscheint jetzt Breaking Bad das Brettspiel ist glaube ich besonders was für Serienliebhaber oder wenn ihr unter euch Bekannte habt die gerne Breaking Bad gucken vielleicht interessiert ihr dann dieses Spiel Asmodee Digital wird ein Spiel für PC umsetzen und zwar Mention of Madness und da bin ich ganz gespannt wie das ganze funktionieren wird wie die ganze PC Umsetzung sein wird und ich weiß auch nicht wie ich das ganze finden soll ich werde auf jeden Fall in das Spiel da mal reinschauen aber bei mir ist da immer die Sache es gibt so viele Computerspiele die meiner Meinung nach super sind und Brettspiele sind halt super weil es Brettspiele sind und die Brettspiele würden als Computerspiele glaube ich nicht so gut funktionieren und die Computerspiele als Brettspiel auch sehr selten also ich bin da eher ganz skeptisch weil wieso sollte ich eine Brettspiel Umsetzung am PC spielen wenn ich sie auch mit meinen Freunden spielen kann oder Solo spielen kann und wieso sollte ich am PC dann nicht was spielen was halt extra für den PC entwickelt wurde was komplexer ist mit einer Story und allem drum und dran also ich weiß nicht wie ihr das seht also das ist jetzt meine Meinung ich sehe das so ich bin da eher etwas skeptisch beziehungsweise was heißt skeptisch ich finde es nicht so interessant ich werde auf jeden Fall mal reinschauen ich habe auch Terra Mystica am PC gespielt ist schon vom Feeling her was komplett anderes ja am Handy verstehe ich es weil wenn man so eine lange Autofahrt hat oder so dann kann man das spielen das ist ganz nett aber grundsätzlich am PC ich habe es nicht oft also Brettspiele die ich am PC habe zum Beispiel Mysterium oder so habe ich nie gespielt weil das spiele ich lieber am Tisch weil das ist meiner Meinung nach der Sinn von Brettspielen also dass man ein Brett vor sich hat und wenn ich nichts in der Hand habe dann mag ich in der Regel das Spiel auch nicht übrigens mag ich auch sehr selten so Spiele die ganz viel App Integration haben Handy Integration wie seht ihr das ganze das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben da bin ich gespannt ob ich da mit meiner Meinung alleine stehe oder nicht wie ihr das ganze findet spielt ihr Brettspiele am Computer und am Handy mögt ihr Brettspiele mit Apps ja wo ganz viel guckt jetzt auf die App ja das einzige Spiel wo ich das gut finde ist Alchemisten weil da ist das einfach nur um den Spielleiter so wegzudenken ist eigentlich ganz cool okay das waren auch schon alle News und wir sehen uns dann beim nächsten Mal ciao Christopher von den Brettspielgeeks bis zum nächsten Mal